Hallo, Sie sind auf dem Kanal RichtigeWahl. Heute bewerte ich den Landmann Raxxon Gasgrill. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Landmann Raxxon Gasgrill Range ist der attraktive Allrounder, natürlich mit dem PTS-System. Der doppelwandige Deckel sorgt für eine längere Hitzespeicherung während des Grillvorgangs. Die emallierten Grillroste mit 64 x 40 cm bieten den Vorteil der einfachen Handhabung bei der Reinigung. Die Arbeitshöhe beträgt ca. 94 cm. Die vier Edelstahlbrenner erreichen eine gesamte Nennleistung von 12 kW, je 3 kW. Durch die integrierte Zündung in den Reglerknöpfen ist das Anzünden der Brenner einfach und sicher. Mit dem versenkt eingebauten Seitenbrenner, 3 kW, lassen sich optimal Beilagen oder einzelne Speisen, z.B. im Grillvog, zubereiten. Innerhalb des geschlossenen Unterschranks ist Platz zur Lagerung der Gasflasche und dem Grillzubehör. Mit den vier feststellbaren Laufrollen ist der einfache Transport gewährleistet. MaxZone – das perfekte Grillbranding für dein Steak Der versenkt eingebaute Infrarot-Seitenbrenner mit 3,7 kW produziert auf Wunsch unglaubliche Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius. Und zwar nicht einfach nur zum Spaß, sondern weil das exakt die Hitze ist, die das perfekte Grillbranding auf dein Fleisch zaubert. Modulus – deine individuelle Grillfläche Mit dem praktischen Modulus Grillrostsystem von Landmann kannst du dir deine Grillfläche genau so gestalten, wie du sie gerade brauchst. Z.B. für kleines Grillgut, eine Pizza oder den Wok. Einfach das passende Modul einsetzen und schon kannst du loslegen. Dank des aufeinander abgestimmten Baukastensystems passt alles perfekt ineinander und ist schnell ausgetauscht. CookZone – Beilagen und Soßen direkt am Grill zubereiten Der versenkt eingebaute Seitenbrenner, auch CookZone genannt, kann für zusätzliche Grillvielfalt genutzt werden. Ob für Beilagen wie Maiskolben, angerüstetes Brot, leckere Soßen zum Grillgut oder eigene Kreationen aus dem Grillwok. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Zubehör – alles für dich und deinen Grill Ein Grill ist zwar die perfekte Grundlage, doch für ein richtig gutes Barbecue brauchst du auch das ein oder andere Zubehör als Beilage. Wie z.B. Grillzangen, Pizzasteine, Räucherzubehör oder andere tolle Gadgets. Aber vergiss nicht, auch ein Grill braucht etwas Wellness. Ein Grill soll Spaß machen und lange halten. Das geht nur, wenn du ihn regelmäßig und mit den richtigen Produkten pflegst, die Grillrost reinigst und ihn mit einer robusten Wetterschutzhaube trocken hältst. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Keine Halterungen für Grillzange. Ablagerrost zu niedrig. Rollen zu klein. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Fettabscheider perfekt positioniert. Seitenbrenner für Gemüse funktioniert bestens. Smoken mit Räucherchips funkt. 10 kg Gasflasche passt unten rein. Die Gasregler sind einfach super gemacht. Heizt optimal. Der Deckel ist gut isoliert. Der Aufbau ist relativ einfach. Die Bedienung ist kinderleicht und intuitiv. Der Test für den Landmann Rexon Gasgrill ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder!